Teuton und Vietnamesen, sind das die, mit denen wir gerade zusammengespielt haben? Ja. Ja, ne? Ja, El Lech war dabei. Ja, El Lech war auf jeden Fall, und auf jeden Fall hat der andere auf jeden Fall, gehen wir davon aus. Also Teuton und Vietnamesen gegen Mongolen und Briten, eigentlich ein ganz gutes Match-up so. Vietnamesen spielen hoffentlich nicht gegen mich, das wäre echt blöd. Achso, wir spielen ja mega-random, ich dachte gerade Arabien. Warum hab ich denn? Warum hast du denn? Oh, Mongolen ist anscheinend sehr gut, weil ich sehe hier schon Zebras ohne Ende. Butcher Türken ist so gar nicht mein Volk, ne, muss ich ehrlich sagen. Also im Real Life auf jeden Fall, aber... Wie viel Gold hat man hier denn? Zwei große Gold. Ich hab noch gar kein Gold gesehen, ich hab so riesen Bären, äh, Feld. Oh, Elefanten. Elefanten ist halt, da musst du aufpassen, damit man anlocken, ne? Die sind ein bisschen böser drauf, genau. Wasser scheint es auch zu geben. Wasser hab ich noch nicht gesehen, tatsächlich. Oje. Mega-random ist halt, da ist der Name Programm, ich hab zwei Wasserstellen schon gesehen. Drei jetzt, ich weiß nicht, ob das ein Islands vielleicht ist oder sowas. Hier ist der Elefant. Ich bin, ne, ich bin kein Halb-Zürke, ich esse einfach gern Döner, sowas. Ähm, ich bin, glaub ich, der weißeste Mensch, den ich kenne, äh, also von der Hauptfarbe, nicht von der Einstellung. So. Äh, okay, wo ist der Elefant, Gott? Achso, ne, haben wir schon. Ja, ich guck mal, was wir hier machen. Ähm, ich bin mir ein bisschen unsicher, ehrlich gesagt. Oh, der Elefant, der ist ja schnell. Ja, der ist schneller und, äh, böser auch. Hat auch mehr Attack als, äh. Muss ja wirklich auf Zack sein. So, er legt. Ich glaub, außen ist überall Wasser. Meinst du? Und innen ist vielleicht ein kleiner See, ne? Das sieht so aus. Okay, dann sollte man wirklich auch... Überall am Kartenrand war bis jetzt Wasser, da wo ich war. Dann schick ich mal 5 auf Holz und bauen Dock, weil das kann ja dann nicht schaden. Mitte oder außen? Außen. Oh, nicht genug. Aber es gibt keine 2 Elefanten, ne? Also noch ein Nashorn oder sowas. Ich hab, ich hab nur einen gesehen. Ja. Okay. Ich auch. Aber du musst auf jeden Fall, also wenn du, ja, musst auf jeden Fall von den, von den vielen Rehen Gebrauch machen, so. Faust. Zebras, ja, ja. Zebras, tschuldigung, ja. So viel Zeit muss sein. Das ist richtig. Ja, es scheint aber doch eine große Landmasse irgendwie zu sein, ne? Mein Scout ist jetzt schon... Das scheint eine große Landmasse zu sein. Mein Scout ist hier. Und da ist auch noch... Ja, ja. Einmal Wasser rum und einmal in der Mitte. Einen See, oder nicht? Also wie so ein O, das Land. Ach so, wie so ein Donut quasi. Genau. Okay. Na ja, gut. Das, dann kommen wir mit klar, denke ich. So, ich geh mal jagen. Uh, und äh, Fischerboote bauen. Und dann... Müssten wir bald... Ja, da geh ich aber schon, äh, ich hab gar kein Gold, ne? Ach doch, hier. Mein Gold ist vorne, nach vorne raus. Nach Gold hab ich wirklich viel. Mein Gold ist nach vorne raus. Ist ein bisschen blöd, so. Aber jetzt auch kein... Blöduntergang. Ich geh dann auf Archer. Also Feudalzeit und dann Archer. So ein bisschen riskant. Hier ist Rot. Also zumindest eine Mühle von Rot. Dann wird der wahrscheinlich auch irgendwo sein. Ich geh mal in Richtung Gegner. Also Rot ist dein Gegner. Hier ist Gelb. Das Autoscout ist echt gut. Mist, zu wenig Essen. Voll verplant, ey. Ich hasse das. Okay, jetzt passt's. Ich geh jetzt hoch. Ähm... Da brauch ich ein paar mehr auf Gold. So. Wer geht hier? Holzhocken. Das passt. So, wir machen aus. Ja, der See in der Mitte ist aber anscheinend mit, äh, so... Ah, der Mitte ist dann auch noch eine Insel oder sowas, oder wie? Du brauchst nicht so viel wollen, glaub ich. Weil der See in der Mitte scheint mit so... Halb durchlässigem Terrain zu sein. Hm, nicht immer. Achso. Okay. Ja, nicht überall, aber das macht dann... Ja, der könnte da draußen rumkommen immer noch. Genau. Aber dann müsste man halt zumindest irgendwo bei dir bleiben. So ein bisschen... Oh, der Scout von Gelb ist hier gerade. Ich guck mal, ob ich den einmauern kann. Ich guck mal, ob ich den einmauern kann. Ach, schade. Ja, fast hätte es geklappt. Aber er hat ein paar HP verloren. Immerhin. Also ich gehe... Bogenschützanlagen, zwei Stück. Also hier hat Rot relativ viele Dorfwohner. Ich weiß ja nicht, wie nah du an der... Wie nah du an der... Äh, wie nah du an der... Äh, am Falljahrzeit bist. Nee. Okay. 80 Prozent jetzt. Okay. Was ist mein Gegner? Teutonen. Nee. Meiner ist die Vietnamesen. Ja, das ist natürlich kacke. Die sind halt supergut gegen... Briten. Generell gegen Bogenschützen. Hoffen wir einfach mal, dass der Gegner nicht so gut ist. Ein paar Islands... Ja, wo ist der durchgekommen? Dein Gegner scheint auch zu wallen, als ob es keinen Morgen gäbe. Dein Gegner scheint auch zu wallen, als ob es keinen Morgen gäbe. Also ich fisch... Warte, haben die einen Dock gebaut? Keine Ahnung. Achso, äh, bisher sehe ich nur eine Mühle, keinen Dock. Also ich würde... Der hat gewollt in der Mitte, interessanterweise. Ja, habe ich auch gesehen. Also ich wäre jetzt mit, ähm... Wasseraggression wäre jetzt mal vorsichtig, ehrlich gesagt. Ich habe zumindest mal ein Feuerschiff gebaut, weil... Ja, also das kann nicht schaden, tatsächlich. Ich habe jetzt mal eine zweite Range und mache Fletching und greife den mal so ein bisschen an. Irgendwie, vielleicht. Gucken. Irgendwie ist die Map komisch, aber irgendwie scheint es auch ganz... Hey, 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 hey. Ich habe 2-5-0 gefunden. Was hast du? Ob du eine Feuergall lehren, weil du 2-5-0 tötest, dauert er auch ewig. Aber egal. Ja, das dauert ein bisschen. Ich hindere am Jagen. Das ist gut. Oh, er hat hier ein Vorwort gemacht, sehe ich gerade. Lol. Der macht aber keine Sorgen, irgendwie. Der Vorwort. Doch, irgendwie schon. Okay. Er baut Plankler. Was ist der Teuton? Dein Gegner ist Teuton. Dein Gegner ist doch rot, oder nicht? Ja, ja. Dann ist der Teuton. Weil du jetzt einen Turm bauen sollen, deswegen. Wegen Planklern baust du keinen Turm bauen. Ja, generell. Ja, ich baue. Ich muss auch was bauen. Einfach gar nichts. Mach Scouts, bau Scouts einfach. Also Plankler, teuer. Ja, töten die. Oh, der Gegner ist auch offen. Er denkt, er ist gewault und er ist offen. Das ist super. Er hat Plankler. Aber ohne Fletching. Jetzt baut er einen Turm. Jetzt baut er einen Turm. Scheiße. Boah, das ist nervig. Was auch nervig ist, dass Vietnamesen haben mehr HP auf ihren Bogenschützen-Einheiten. Oder generell Schießanlagen-Einheiten. Oder generell Schießanlagen-Einheiten. Wenn die tot sind, bringt denen das auch nichts. So, ich kann gleich eigentlich Castle gehen. Und dann kann ich, falls du Hilfe brauchst, auch aushelfen. Ja, ich bin jetzt am Produzieren von Scouts. Okay. Und er nervt halt mit Bogenschützen und Plankern. Also, wie gesagt, Scouts sind da ideal dann. Krass, dass der als Teutonen auf Bogenschützen... Ja, mein Stall ist gerade erst fertig geworden. Oh, ich kann schon. Aber er läuft unter das Dorfzentrum. Ja, gut. Also, alles easy bisher noch, ja? Ja, alles gut. Ich habe jetzt bei ihm in der Woodline ein bisschen aufgeräumt. Ich gehe jetzt hoch, Ritterzeit. Guck mal, dass du deiner Dorfwohnerin wieder einigermaßen an die Arbeit schickst, wenn das möglich sein sollte. Ja, dein Scout kann mitkämpfen. Mein Scout? Ja. Ja. Gute Info. Nein! Wolltest du das heute machen? Danke. Ja, den Scout noch töten. Ach, nervt doch nicht, Jungs. Das Upgrade, die Wirtschafts-Upgrade haben wir alle. Ah Mist, jetzt hätte ich... Entschuldigung, ich hatte kein Auge draus, sonst hätte ich mal den Dorfwohner noch mitschicken können. Hast du den Dorfwohner? Nein, die sind ja gerade da bei meinem... Okay, jetzt ist er eh tot. Die sind ja gerade da langgerannt bei meinem... Bei meinen Leuten. Die Karte ist irgendwie ganz cool, so... Ja, kann man mit leben, ja. Soll ich dann bei meinem weiterbleiben oder deinen angreifen? Nee, du kannst bei deinem bleiben. Okay. Dann machen wir das mal. Noch Sperrreiter hier. Ist egal. Dann kann ich auch noch einen TC bauen eigentlich. Gepriesen sei Britannien. Alles klar, Butcher. Schön, dass du da warst. Viel Spaß. Guck dir das VOD an, wenn du Bock hast. Gute Idee. Okay. Vielleicht lernt man was. Oder vielleicht vergisst man was. Dumme ist halt jetzt, er wird für seinen Turm hier fertig haben. Oh, der hat echt viele Plankler. Ah, da bräuchten wir vielleicht eine Uni. Okay, ich schnitzel ein bisschen was von Rot weg. Weil, äh... Weil der andere zu gut verteidigt. Also er hat halt zu viele Plankler. Ich will jetzt meine Einheit nicht in den Tod schicken unbedingt. Ja, ich bin auch an seinem Gold. Also von Rot. Jetzt kommt er halt mit seinem Plankler an. Wenn du da mal... Wie viele Scouts hast denn du? 6? 6 oder so? Warte. Ja, das reicht nicht. Brauchst du nicht schicken. Ist schon okay. Gut ist halt, dass Briten die extra Reichweite haben, so. Aber er hat mich jetzt noch ein bisschen in eine blöde Situation gebracht. Ja, das ist es. Königst du nicht schicken. Men es ist auch nicht schicken. Ih, aber... ... im dorfzentrum ok also ich verliere jetzt ein paar bogenschützen auf jeden fall gut ja mal gucken dass ich irgendwie mit zieht bei grün an bei gelb anklopfen kann also geld ist auch auf wasser ja hier in außen wenn du da irgendwie mit feuer galley irgendwie mal lang gucken kannst wäre das glaube ich eine gute sache okay dann machen wir noch ein tc ich mache mal auf dem markt also ich habe das gefühl rot ist fast schon tot weil er hat hier dorfbewohner auch hier drüben bei gelb ja er hat eine bog und sonst nur thrash einheiten was ja an sich erstmal gut ist aber apropos bog das ist eigentlich eine gute idee ich kann mir wird bei allem zeigt dass ich schon entgehen kann hatte ich ja für ein bisschen zeitig noch dein scout steht übrigens so rum mein erster ne ja oh man hat arms krass aber das ist geil ist eine gute sache so wie es aussieht so und dann ja auf jeden fall wenn er pikiniere baut klar was was sonst das ist aber wirklich jetzt das ist der konter also also deutschritter können die diesen super gegen deine gegen alle medien ja die sind halt sehr langsam wie du siehst also wenn du eine burg hoch kriegst und die mongolen kombo also mein guter und und die anderen jungs fassar und so dann wird das glaube ich eine gute gute sache ich drücke jetzt bei gelb ein bisschen mehr ich klopfe mal an die tür mal gucken was er sagt wo mich rein lässt weil er keine lust hat passt mit deinen scouts ein bisschen auf dass du nicht in die mangel reinläufst so ich gehe dann im ja ich habe jetzt ich klicke jetzt so abgefuckten wegpunkt äter ich werde auf trash einheiten und belagerungs einheiten gehen weil ich also mit vietnam gegen vietnamesen brauche ich keine armbrustschützen bauen das wäre quatsch genau sehr gut mit den scouts gefällt mir ich habe gar keine gold und stein abgehört gemacht ich bin dumm oh oh jetzt geht die micro los hier micromania da wird aber zeit ich hatte keinen markt gebaut und keine schmiede aber du hast doch bestimmt einen stahl und eine bogenschiesanlage auch nicht auch nicht ja ich sehe das also jetzt sehe ich es aber seine armee ist halt extrem ungünstig gegen wie du siehst wenn ich auch was schießen steppenreiter ist ja macht spaß ne also steppenreiter stepplenzer ist eigentlich ganz cool so wir haben noch nicht genug für eine bog ok dann bauen wir auch nicht genug kannst du mal mit den scouts ein bisschen die ne passt schon die sind tot also das ist nicht gut dass sie tot ist passt nicht aber was ich wollte ist egal krieg auch selber diese bog ist super nervig da habe ich wirklich verdanken so ich baue dem auch eine bog in die base hier vorne wir wollen einfach noch ein paar doch wohner finden die ja mithelfen können richtig bock das sind zwei dorfzentren und hier nochmal zwei steuerung 5 und feuer upgrades 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 bracer noch gar nicht gemacht ganzen upgrades jetzt ach mehr weiter ok achte ich habe viel zu wenig food merke ich gerade bei dir alles in ordnung ach du hast eine bog in deiner base achso ja guck mal dass du vielleicht ein paar dorfwohner wegkriegst dass du ein bisschen armee aufbaust und an sich brauchst du bloß ein paar bogenschützen naja sind im bau und dann irgendwie hasar gegen seine plänkler jetzt verstehe ich das ich dachte naja eine bog kann er ja bauen aber in deiner base ist halt blöd dann das stimmt wenn sie beim gegner hart am stress machen ich habe immer unendlich viele idols alter ja das ist mein problem auch ich habe viel zu wenig doch wohnen das merke ich man fängt sich auf nahrung ach an den es gibt in den ecken gibt es auch noch irgendwie ressourcen weil ich das richtig sehe wenn du hier oben guckst wenn du grad zeit hast so ich habe jetzt auch nicht da das soll es eigentlich hier gewesen sein denke ich mal naja ich brauche noch ein paar rammen dann geht das für mich auch hier von punkten her hast du jetzt auch nicht weniger also ein bisschen weniger als er aber das ist ja zu vernachlässigen oh er hat eine burg gebaut warum brennt eigentlich meine burg die ist doch hat doch volle hp verstehe ich nicht oh haust oh gott oh mann mein trebuchet ist genau ist in sein dorfzentrum rein gefahren voll gut Universität. Völlig vernachlässigt. So, seine Burg ist down hier, also auf meiner Seite sieht es gut aus. Meiner nicht so geil. Soll ich ein paar... Warte mal. Ich töte den, ich baue aber auch auf deiner Seite noch Schießanlagen, weil Teutonen gegen Bogenschützen machen eigentlich nix gegen Bogenschützen, so Teutonen, deswegen denke das wird gut. Naja, er gönnt sich halt mein Gold hier auch, dass er zutrefft, ne? Kann er sich gönnen, er hat gleich keinen Kollegen mehr. Ja, ich hab halt keinen Zugang zu Gold, ne? Doch, du kannst bei mir hier mit naschen. Ja, das ist ja auch nötig. Und ansonsten mag es halt, ne? Der Rote muss jetzt auch schon bei mir hier mit aushelfen, also auf meiner Seite. Beim Gelben. Von daher, wie gesagt, kriege ich mal hin. Hier sieht es eigentlich ganz prächtig aus. Ich gönne mir jetzt auch gleich das Gold vom Gelben. Ja, ich muss einfach mehr Dings bauen am Anfang. Das mach ich jedes Mal nicht. Militär? Ja, nicht Militär, aber generell mehr Produktionsstrukturen. Ja, 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 ja. Bis man das so ein bisschen drin hat, dauert ne Weile. Versteht ja. Ja, ich kenne die auch, also... Gelb ist halt tot. Also hier sind zwei große Gold-Plätze. Die kannst du ja eigentlich unter den Nagel reißen, weil das ist ehemals gelb. Ich räume jetzt hier so gut wie es geht aus und ich haue seine, gegen seine Deutschritter baue ich einfach Aberlest und gegen seine Plänkler meine Plänkler Und dann sollte das schon gut gehen Er hat ja jetzt noch keine Onnager oder sowas, wo er uns wirklich Probleme bereiten kann Achso, dann muss ich meine Traps wegnehmen, ne? Sonst würde das nix Ja, rot ist auch noch nicht imp, ne? Also das ist schon okay, passt schon Kannst dann auch deine Base langsam wieder zurückerobern quasi Ja Ich weiß gar nicht, wo Gelb jetzt noch sein soll, ehrlich gesagt Jetzt kommt er mit Skorpion, okay Tod Er schickt halt auch alles einzeln, also, ja Ja, ich baue ja schon Häuser, sehr gut Ah, hier ist Gelb noch, okay, cool Ich habe 36 Idols, sehe ich gerade, das ist aber nicht schön Ja klar, richtig stark, auf jeden Fall Wo sind die denn alle? Wo sind die denn alle? Und warum sind die Idols? Billy Idol Ja, da muss ich glaube ich hier bei dem Gold mit naschen Sonst wird das nix Huch Meine Fischerboote arbeiten auch immer noch Ja, also das, denke ich mal, haben wir auf jeden Fall gewonnen Ja, Long Distance Long Distance Fishing, genau Das haben wir auf jeden Fall gewonnen Das ist nur die Frage, wann die das merken Brauchst du irgendwas ressourcentechnisch, dass du impken kannst? Ja, Gold dann ist das Na, wie viel denn? Sag mal Ich habe genug Ich gebe dir mal 500 Gold Kann nicht schaden Gib doch auf Jungs Ist doch eh durch Alles Gold auf der Karte Bei uns ist er hier Jaja, genau, da bin ich gerade am Weghauen Er hat auch da noch zwei Waffenschmieden Ich weiß nicht Ob das noch gefährlich werden kann Möglicherweise Jetzt kommt er genau mit seinen Deutschrittern Genau in meine Aberlesten rein Das ist halt geil, wie langsam die sind Ganz schön immer rundherum rennen und abschießen Ganz schön immer rundherum rennen und abschießen So und hier ist eigentlich auch alles chillig Deutschritte ist schon eine gute Einheit, aber die sind halt so lahm Ich hätte halt gar nicht verschießen können Ja Früh an der Burg und auf Mangodai gehen und dann klappt das auch, ja Aber Da muss man halt erstmal sein Das ist richtig So, jetzt tötet er ein bisschen was mit seinen Skorpionen hier noch Okay Ganz ehrlich, das ist jetzt Quatsch, dass die noch weiterspielen Ich hoffe, wir müssen die jetzt nicht über die ganze Karte jagen Weißer Das macht keinen Spaß Könnte passieren Also Gelb hat auf jeden Fall noch Scouts Hier Frechheit Ich tue jetzt auch seine Fischerboote hier von der Küste aus Also eigentlich können die wirklich aufgeben Okay Nicht mal GG Das ist nicht Das ist nicht die feine Art Hallo Na Ja Gut Gut gespielt Ich schreibe trotzdem GG Weil Wir sind ja von der feinen Sorte Das bringt denen jetzt richtig viel, ne? Ja Ja, war doch gut Aber die Map war Ah, guck mal Auf den Außeninseln war auch noch Gold und so Eigentlich eine ganz coole Map Da hätte man hingehen können sogar, ne? Ja Also da habe ich jetzt auch mit gerechnet, dass die Gegner sich dann noch verstecken irgendwie oder so Ja Gut gespielt Aber du musst immer gucken, dass du ein bisschen eher dann in die nächste Zeit kommst Also Ritterzeit war jetzt schon echt spät Ja Ja, das ist halt Äh Nach Na gut 33 Minuten Vielleicht musst du den Push verteidigen Ja, ist ja richtig Ist ja richtig Ist ja richtig Dann hatte ich vergessen, einen Markt zu bauen oder irgendwas Er war da schon Ritterzeit, ne? Krass eigentlich, das hätte ich mit Ne, war aber nicht, oder? Doch, er war seit Minute 22 war er Ritterzeit Warte mal Nein, das ist nicht verlassen Ich kann nicht mehr sehen Er hatte keine Rittereinheiten Ne, genau Das, ja Also erst als, ne? Also nachdem ich den Push hatte Dann kam er halt mit Also hätte er irgendwie zwei, drei Ritter gebaut, wärs halt tot gewesen Aber, gut, dass er es nicht gemacht hat Ähm Ja, die hatten da auch nichts mehr zum Schluss Na doch, Gelb hatte noch irgendwie Dorfwohne anscheinend Ja, Gelb hatte ich nicht viel, unten Ja, unten da, genau Also Schleswig und Rot hatte der super viel, also Ja Alles aufgebaut Verstehe ich nicht, warum er nicht dann Armee nochmal Er hat ja auch Armee, sehe ich gerade Ja, Plankler hat aber viele Sachen noch Ja, gut, aber die Gegen mich wären die ja super gewesen Die sind ja auch von der Von den, ähm Vietnamesen Die haben ja mit die stärksten Plankler eigentlich Ja, okay Ja, okay